Oh la la, mit wem flirtet Emily denn da in einer Pariser Bar? Paris ist immer eine Reise wert. Emily, Anne Menden, fährt im großen GZSZ-Special in die Hauptstadt der Liebe, um ihre Karriere zu krönen und endlich über ihren Ex Sascha, Daniel Noa, hinweg zu kommen. Bei letzterem ist ihr der charmante Barkeeper Luc, François Göske, eine große Hilfe. Die beiden verbringen in Paris sogar die Nacht gemeinsam, wie wir oben im Trailer zeigen. Ist Luc etwa mehr als nur ein kleiner Flirt für Emily? Im Interview verrät François Göske mehr über seine Rolle im GZSZ-Special. Findet Emily mit Luc ihr Glück in Sachen Liebe? Der deutsch-französische Schauspieler François Göske, 34, spielt im GZSZ-Special, am 23. November bei RTL, oder jetzt schon auf RTL Plus streamen, an der Seite von Anne Menden in Paris. Trotz seines noch jungen Alters ist er längst ein alter Hase im Geschäft. François Göske spielt bereits seit über 20 Jahren Hauptrollen in Kinofilmen, Fernsehreihen und sogar Musikvideos. Ist ein erfolgreicher Synchronsprecher und zeigt sein Talent auch auf der Theaterbühne. Für gute Zeiten, schlechte Zeiten, schlüpft der in Frankreich geborene Schauspieler nun in die Rolle des Barkeepers Luc. Wie es für ihn war, ein Teil des GZSZ-Specials zu sein und dafür in Paris zu drehen, verrät er im folgenden Interview. François, du spielst im Paris-Special von Deutschlands erfolgreichster Daily. Was sagst du dazu? François Göske Ich freue mich beim Paris-Special dabei zu sein. Nicht zuletzt. Da ich ja in Frankreich auch meine Wurzeln habe und immer gerne zurückkehre. Was passiert im Special und welche Rolle spielst du? François Göske Luc, sympathisch, lebensfroh, selbstlos und ein Frauenschwarm, hat als Kind eine Zeit lang in Deutschland gelebt, bis seine Familie entschied, wieder nach Paris zurückzukehren. Inzwischen arbeitet er als Barmann in einem noblen Pariser Hotel, wo Emily plötzlich auftaucht und einen Espresso-Martini bestellt. War das schwierig? Der neue, unter den etablierten GZSZ-Stars zu sein? François Göske Nein, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe mich sehr gut mit der Regisseurin, den KollegInnen, dem Team und den ProduzentInnen verstanden. Mit über 20 Jahren Dreherfahrung ist man auch souverän und professionell genug, sich schnell auf neue Situationen und Menschen einzustellen. Wie war die Drehzeit für dich? François Göske Ich bin ja durch andere Dreharbeiten schon viel rumgekommen und habe verschiedenste Städte und Länder bereist. Allerdings ist Paris einfach einmalig. Zum Beispiel die Szene mit Anne Menden als Emily an der Seine im Warmen Sonnenschein. Es war einfach wunderschön, dort zu drehen. GZSZ in Paris Ein spannendes Auf und Ab zwischen Liebe und Kreim. Lüg, zeigt Emily die schönsten Seiten von Paris. Könntest du dir vorstellen, dass deine Rolle bei Emily dran bleibt und einen zweiten Versuch startet? François Göske Na ja, Lüg hat Emily jedenfalls geschrieben. Dass für sie immer ein Platz an seiner Bar reserviert ist. Hattet ihr auch abseits des Drehs Gelegenheit durch Paris zu streifen? François Göske Ja, ich habe mit meiner Freundin einiges besichtigt. Wir waren zum Beispiel in der Titanic-Ausstellung. Sehr interessant. Sind solche Drehs deutscher Produktionen in Frankreich für dich eine tolle Gelegenheit, dein französisches und deutsches Schauspiel miteinander zu verknüpfen, oder kommt es letztlich eher weniger auf den Drehort an? François Göske Das hängt immer davon ab, wie sehr man französische Elemente im Spiel zur Geltung bringen kann. Sprache und Bewegung können da eine Rolle spielen. Bei Lüg wurde beschlossen, dass er eigentlich keinen Akzent hat, aber französische Namen wie Paris, französisch ausspricht. Worauf können sich deine Fans und die GZSZ-Fans freuen? François Göske Die Fans können sich auf ein spannendes Auf- und Ab zwischen Liebe und Crime, La Française, freuen. Das passiert im großen GZSZ-Special in Paris. Während Laura und John auf ihrer Reise in der Stadt der Liebe ankommen, schafft Emily es in ihrem Liebeskummer kaum aus dem Bett, geschweige denn nach Paris, wo sie auf einer Fashion-Show ihre neuesten Taschenkollektion präsentieren soll. Ihre Freundin Lily macht Emily klar, dass sie sich so eine Chance nicht wegen Sascha entgehen lassen darf. Emily macht sich in letzter Sekunde auf den Weg in die Fashion-Metropole, wo sie unfreiwillig Johns und Lauras Zweisamkeit stört. Emily bereut schon, doch noch angereist zu sein, bis sie sich dank eines charmanten Barkeepers für eine Nacht auf die Stadt der Liebe einlässt. Derweil muss John erkennen, dass Laura ihn nicht nur aus romantischen Gründen nach Paris geführt hat. Moritz ist auf dem Weg zu ihr, mit einem brisanten Koffer, von dem John eigentlich nichts wissen sollte. Doch als dieser Koffer im Backstargetrubel von Emilys Fashion-Show verschwindet, bleibt Laura nichts anderes übrig. Als John über dessen Inhalt aufzuklären, was zu einer Zerreißprobe für Lauras und Johns Beziehung wird. Emily genießt unterdessen ihren großen Auftritt. Sie fühlt sich lebendig wie lange nicht mehr. Sie ahnt nicht, dass ein überraschendes Wiedersehen bald alles auf den Kopf stellen wird. Nicht nur, dass Emilys Herz auf die Probe gestellt wird, sie ist plötzlich in größter Gefahr. Untertitelung des ZDF für funk,